Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin wieder Tom Paris und heute versuchen wir Outlast zu beenden. Allerdings weiß ich nicht ob es uns gelingt. Weil ich nicht weiß wie lange das schon noch geht. Na, liegt hier keine Batterie rum. Komisch. Also kein Tag. Was ist das? Ich fühlte fast so viereckige Räume So gut zum Verstärken und wegrennen das hier weg So gut zum Verstärken und wegrennen So gut zum Verstärken Naja, nichts mehr müssen wir da rein Dann müssen wir wahrscheinlich hier rein Ein guter Plan, wo nicht draufsteht, wo man ist So gut zum Verstärken Was ist das? Was ist das? Was ist das zu spät? Nein! Was ist das? 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 Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Schneller rein! Was ist das? 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 Ich stehe in der Linken. Sorry, wir müssen starten. Dann gehen wir davon aus, dass die so sind. Dann renne ich gleich rechts in den Gang rein. Und dann wieder rechts. Dann gehen wir davon aus. Dann gehen wir davon aus. Dann gehen wir davon aus. Oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Frage ist ja, wo bin ich? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.